und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von nicht der weisheit letzter schluss ja heute soll es darum gehen wie man die mailinglisten software gnu mailman 3 installieren kann und das ganze eben auf debian 11 ja so ein bisschen hintergrund dazu die kilo open source und linux tage wir haben verschiedene mailinglisten die waren auf mailman 2 drauf und die müssten eigentlich auch mailman 3 portiert werden da habe ich schon mehrfach versucht das hinzukriegen hat irgendwie nicht ganz geklappt jetzt habe ich es immerhin so weit gekriegt dass ich mailman 3 in diesem setup so weit installiert bekomme so dass ich diese mailinglisten jetzt auch übernehmen kann ja mal gucken wie lange das jetzt noch dauert also wie gesagt das hat auch keinen spaß gemacht ja damit ihr das vielleicht ein bisschen einfacher habt guckt euch einfach dieses video an wie ihr mailman 3 installieren könnt ein bisschen was ich jetzt hier zeigen werde ich habe das ganze erst mal in so einem arm 64 lxc container ausprobiert in dem ein debian 11 läuft da habe ich auch videos zu gemacht zu dem ja wie man raspberry pi als virtualisierungsplattform mit lxc containerisierung benutzen kann fand ich irgendwie ganz interessant ja dann haben wir den so genannten lamp stack normalerweise heißt das eben linux apache apache mysql beziehungsweise maria db und p für php das ganze ist jetzt so ein bisschen anders für diese situation da drin ich möchte ja eigentlich bloß die mailing liste drin laufen haben aber ich habe da mein web server also den apache habe ich drin linux habe ich sowieso durch die container umgebung und auch durch das debian 11 was da drin läuft dann habe ich zwar auch ein php drin das brauche ich dafür zwar nicht für die mailing liste aber für diese umgebung worin das ganze nachher laufen soll und das m hier den buchstaben m dem ja zweck entfremde ich mal ein bisschen ich sage jetzt das ist ein mail server denn eine mailing liste ist ja schön und gut aber ich muss ja auch mails von draußen annehmen können die über so ein mail programm reinkommen und ich muss sie eben auch als mails wieder verschicken können ansonsten habe ich keine mailing liste und dafür brauche ich eben ein mail server der aus den beiden komponenten dafkot und postfix besteht dazu gab es einen vortrag von mir der auch aufgezeichnet wurde von den tux tagen 2020 wie man das ganze so installiert und eben konfiguriert absichert von daher werde ich diesmal nicht so ins detail gehen von daher gibt es bloß die informationen zu diesen punkten die halt für mailman halt wichtig sind und mailman 3 beziehungsweise gnu mailman das ist eine mailing listen software in der ich eben mailing listen anlegen kann ich kann sie löschen ich kann sie verwalten ich kann meine mitglieder die diese mails halt bekommen eben auch verwalten ich kann sagen naja der darf halt auf die mailing liste auch schreiben und der andere halt nicht ich kann eine voreinstellung machen dass es eine liste quasi moderiert wird oder das ist eine wo alle alles dürfen von daher kann ich das ziemlich frei verwalten wie ich das ganz gerne haben möchte und natürlich brauchen wir eine möglichkeit dass mails angenommen werden und wieder verteilt werden da macht mailman einiges aber mailman selbst braucht eben einen mail server damit eben das versenden und empfangen funktioniert falls ihr euch noch eine gescheiterte mailman installation angucken wollt die es in der jong und hauke show gab das ist eine live sendung die wir quasi jede woche machen also von jong und mir wie der name auch schon irgendwie sagt da haben wir uns da mal dran probiert irgendwie die zähne dran ausgebissen ich weiß nicht mehr woran es gelegen hat aber es hat hinterher nicht funktioniert dann hat jong der ehrgeiz so gepackt dass er noch mal ein eigenes video gemacht hat um die mailman installation doch noch durchzukriegen und warum ich jetzt noch mal video dazu gemacht habe also ich habe bei ihm auch gespickt bei einigen sachen das hat mir insofern schon viel geholfen aber seine installation die ist halt anders als ich sie für mich brauche er verwendet zum beispiel ein engine x als web server ich brauche ein apache weil die umgebung darauf ausgerichtet ist und dann gibt es noch ein paar andere details die er anders macht er hat andere probleme auf die er stößt auf die ich nicht gestoßen bin dafür hatte ich wiederum neue probleme die er nicht hatte also von daher ist es jetzt kein nachkochen was ich hier mache sondern es ist schon irgendwie anders obwohl es sich trotzdem um gnu mailman 3 dreht und das ganze habe ich hinterher ein installationsskript verpackt so dass ich in ein paar jahren auch mal nachgucken kann ja wie ist denn das gelaufen mit der installation warum ist das jetzt so und so da stehen die einzelnen schritte drin das ist kommentiert und ja da gucken wir einfach mal rein bevor es mit dem eigentlichen thema losgeht noch ein bisschen eigenwerbung ich bin der hauptentwickler vom software verteilungssystem m23 und daneben biete ich eben auch verschiedene dienstleistungen an zu m23 natürlich zu linux und freie software ich entwickle software in diversen programmiersprachen ich administriere ich biete jetzt auch premium online schulung an support und beratung zu quasi allem was irgendwie mit linux und open source zu tun hat im laufe der zeit ist auch ein handbuch entstanden aus diversen workshops das administration von debian und co im text modus heißt seit neuestem biete ich auch individuelle premium online schulungen an die können zu verschiedenen wunschthemen aus dem linux open source bereich sein wie zum beispiel m23 für entwickler oder eben auch für administratoren dann administration von verschiedenen distributionen zum thema sicherheit free epa paket management und so weiter und so fort da habe ich eine menge gemacht oder eben auch zum thema eine entwicklung das kann pakete bauen sein oder skript programmierung grundlagen von c++ oder ja diversen anderen dingen mehr sollte das ganze noch nicht interessant genug sein so können wir daraus auch ein online escape game machen dazu habe ich so ein szenario entwickelt mit sound effekten und je nachdem worum es in eure individuellen schulung gehen soll kommen da auch spezielle rätsel dazu die genau dazu passen fragte einfach mal nach wenn ihr interesse habt dann könnt ihr mein kontaktformular nehmen und einfach mal fragen ob wir da was zusammen machen können ob die ja irgendwie ja dienstleistung von mir haben möchte schulungen oder was zu m23 wissen wollt so jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen thema los so wie gesagt ich habe bei den tux tagen das ganze schon mal ein bisschen ausführlicher gemacht viele punkte hier die ja sind dafür nicht wirklich wichtig wenn ihr es genau wissen wollt dann guckt euch wirklich dieses video noch mal an ich setze am anfang umgebungs variablen damit ich einfach sage ja mein mail system in meinem lxc container das heißt hier mailman local also das ist eben auch bloß ein eine ja nicht webadresse aber sowas ähnliches die sich eben bloß lokal benutzen lässt dann haben wir ja noch die zweite variable dort ist eine liste hinterlegt wo einfach drin steht für welche domains dieser mail server zuständig ist und das ist eben exakt die eine hier das könnten aber eben auch mehrere sein aber in diesem setup eben nicht dann habe ich ja noch mal ein paar zusätzliche einstellungen für mailman ich gebe in einer variablen vor wie der administrator heißen soll mit dem ich mich auch an der weboberfläche anmelde da ist einfach admin und dann brauche ich eben auch noch eine e mail adresse für mein admin benutzer die auch gültig sein soll ansonsten stürzt eben diese oberfläche auch ab also das ist wichtig dass es dafür ein gültiges postfach gibt da muss unbedingt diese ja quasi überprüfungs mail ob die adresse die ich angegeben habe auch gültig ist bei meinem admin konto da wird eine mail hingeschickt und dort bekomme ich eben auch eine mail zugeschickt und die muss ich abrufen und reingucken und wenn da irgendwas nicht stimmt dann stürzt das ding auch ab das ist ein problem was ich hatte was schon nicht hatte weil er einen externen mail server benutzt und da sind viele details eben anders und mein admin mail konto setzt sich eben so raus aus meinem root benutzer der hat eben lokales postfach und das ist eben über diese komplette e mail adresse root ad mailman local eben verfügbar dann administrator passwort setzt sich auf test für produktiv umgebung natürlich ein sicheres passwort nehmen oder denkt euch was aus sodass es nicht im skript landet dann eben noch über welchen web server ich die oberfläche verfügbar machen möchte bei mir ist es eben apache 2 aber ihr könnt natürlich auch so ein setup kochen wie jong das gemacht hat wo ihr ein engine ex habt müsst ihr wissen was bei euch am besten reinpasst und dann guckt ihr eventuell sein video wenn ihr engine ex haben möchte dann als nächstes ich setze erst mal meine webadresse meine domain nach der das ganze aufgelöst werden soll als hostnamen das mache ich über hostname ctl set hostname und dann eben dass das ganze mailman.local heißen soll da wir in einem setup sind was keinen richtigen dns hat also wir befinden uns jetzt in so einer spielwiese hier müssen wir auch noch dafür sorgen dass wir unseren eigenen hostnamen also die komplette domain den fully qualified domain name zu unserer öffentlichen ip adresse auflösen können also nehmen wir erst mal unseren eigenen hostnamen also das ist ja je nachdem wie dieses ding jetzt gerade aktuell heißt das heißt vielleicht debian 11 diese maschine dann gucke ich einmal über diese ja diese kette wie meine öffentliche ip adresse ist da filter ich ein bisschen rum schmeiße ip adressen die mit 10 punkt anfangen das sind eben ip adressen die lxc für ja für seine nat variante von dem netzwerk verwendet die filter ich aus also ich möchte wirklich die öffentlich verfügbare ip adresse von dem container haben die nehme ich mit dazu und dann lösche ich erst mal aus der etc host das ist eine datei wo eben alle hostnamen drin stehen wo vielleicht auch web adressen mit ip adressen drin stehen wie ich das ganze auflösen möchte das hat eine höhere gewichtung als zum beispiel ein dns server wenn ich das dort eintrage dann gilt diese einstellung vor anderen einstellungen und über diese also über diese sed zeile das ist der streaming editor da schmeiße ich erstmal meinen eigenen hostnamen raus also alles was vorher wie bekannt war kommt jetzt weg dafür mache ich jetzt einen neuen eintrag mit der öffentlichen ip adresse die ich habe und die soll aufgelöst werden zu meinem mailman local das schreibe ich da rein dann weiß hinterher der rechner ich heiße sowieso und meine ip adresse ist halt die öffentliche ip adresse die ich auch haben soll das ist wichtig das brauchen wir für viele dinge nachher damit das wirklich sauber durchläuft mit dem installieren dann hole ich mir jetzt über apt update die liste mit installierbaren programmen und eben auch welche version ist von dem programm halt gibt das kann nämlich sein dass diese liste schon wiederum veraltet ist weil ja es eben updates gegeben hat für dieses jenes und welches programm und wenn ich dann versuchen würde das einfach so zu installieren dann würde mir apt hinterher sagen ja tut mir leid das paket in der version ist nicht mehr verfügbar von daher vor installation immer apt update hinschreiben einmal durchlaufen lassen und schon ist das aktuellen dann als nächstes installieren wir über apt update ihr könnt das minus get auch weglassen wie ihr das gerne möchtet geht beides installieren wir hier die debconf utils darüber können wir nachher hier dinge setzen und auch gucken was in dieser konfigurations datenbank von debian drin steht dann habe ich auch immer ganz gerne den nano text editor das ist ein relativ einfacher text editor die man eben auch so bedienen kann gibt auch andere dinge sowas wie wim oder ja im ex was weiß ich müsst ihr wissen ob er es braucht wenn ihr nano nicht mögt oder nicht braucht dann lasst es weg lässt es auch immer ganz praktisch finde ich da könnt ihr eben ja längere ausgaben euch angucken dann könnt ihr in der und her scrollen seitenweise springen drin suchen und sowas kleines kommando zeilen programm finde ich auch immer gut ist bei den normalen installationen auch mit dabei bloß in so einem kind container nicht unbedingt weget ein programm zum runterladen das benutze ich einmal kurz hier unten ihr könnt sowas auch mit curl machen aber hier in meinem skript benutze ich das halt so wie es wie es da stehen habe mail utils sind eben verschiedene programme um ja mails zu empfangen und und sonstiges ja das sind erstmal grundlegende programme dann hole ich mir hier meine skript bibliothek die ich auch bei den tux tagen so verwendet habe die lade ich einfach erstmal runter von dieser webadresse und speichere sie dort drunter und über ja punkt tmp common install punkt ink lade ich diese funktionen die dort drin sind zum beispiel hier so eine funktion die jetzt den mail server installiert also die installiert darf code für pop 3 und imap und post fix für smtp also hier pop 3 das ist eben zum abrufen von von mails in so einem mail programm und post fix das kümmert sich um den um das senden von mails genauer erzähle ich das ganze eben auch in dem video was ich schon mal angesprochen habe und dann gibt es noch eine weitere funktion die apache und php installiert und konfiguriert diese beiden funktionen da steckt eine ganze menge hinter dass das alles richtig eingerichtet wird und ja da sind sehr viele parameter drin und ihr euch nicht kümmern müsst wenn ihr das genau so macht wichtig dabei für diese dinge sind diese beiden variablen mit den beiden werten die er halt so setzt wie er das braucht die waren dort eingebunden diese werte und dann wird das halt so konfiguriert dass das alles passt dann haben wir hier einen ganzen parameter block mit ja einstellungen für mailman 3 web mailman 3 web ist die web oberfläche für mailman damit ihr das ganze über einen browser konfigurieren könnt dass ihr dort eure mitgliederverwaltung mit macht dass er neue mailing listen anlegt und eben auch dieses archiv das gibt es eben auch als webseite dass das alles läuft und das ist in diesem mailman 3 webpaket mit drin und diese ganzen einzelnen konfigurations variablen sowas wie dass ihr password confirm und hier welchen webserver wir konfigurieren wollen da steht er nachher apache 2 und dieses ganze zeugs da das sind die konfigurations variablen für depconf und die werden vorher einmal über depconf set selections gesetzt und beim installieren von dem mailman werden diese ganzen werte ausgelesen und dann wird es dementsprechend auch konfiguriert als nächstes installieren wir jetzt die software selbst das ist mailman 3 minus full man kann es auch wohl irgendwie noch auseinander dröseln dass man nicht dieses minus full paket nimmt sondern sich das aus mailman 3 web und core und sonst irgendwas zusammenstellt aber ich habe jetzt eben häufig gefunden dass man das hier halt nimmt da ist dann halt alles drin ist vielleicht ein bisschen zu viel mit drin aber man hat hinterher eine hoffentlich laufwiege konfiguration das ganze installieren wir wieder über apt get das minus y sagt eben keine nachfragen beim installieren stellen sonst würde da erst so eine liste kommen ja übrigens folgende software wird installiert und das würde so und so viel speicherplatz benötigen install ist halt das kommando also installieren und indem wir halt vorne diese variable noch setzen gibt es keine benutzerrückfragen denn wir haben ja vorher über die depconf eigentlich schon alles eingestellt was wir haben wollen und darum braucht das dort nicht nochmal abgefragt werden also das in der depconf was da drin steht das soll verwendet werden und keine weiteren nachfragen so jetzt haben wir so ein mehr oder weniger rudimentären mailman system schon laufen ja wir müssen jetzt aber noch ein paar anpassungen an post fix machen die sind zum glück auch beschrieben in dieser url die man jetzt schlechter sieht als vorher da steht eben drin welche dinge man konfigurieren sollte beziehungsweise was eventuell irgendwie eine gute idee sein könnte oder auch nicht also es ist teilweise nicht richtig klar wofür das da ist oder beziehungsweise ob es bei euch was hilft und das sind eben so die probleme die ich hatte die jongen halt nicht hatten und das hat mich wieder eine menge zeit gekostet wie es bei diesen ganzen sachen immer so ist das hat mit einer menge ausprobieren zu tun mit hier mal lesen da mal lesen mal wieder versuchen eine fehlermeldung rauszukriegen dann im internet danach zu suchen und lösungen zu finden sowas dauert immer relativ lange meine konfiguration die ich dabei herausgekriegt habe ist für die etc post fix main cf das ist eine konfigurations datei von post fix so man sehr viel einstellen kann und dabei solltet ihr wenn euch das wirklich mehr interessiert in tiefer und epischer breite gibt es eine menge zum thema post fix ja aber das ist jetzt kein thema was mir zu spaß macht und von daher kommt er auch nicht mehr denke ich mal ja gut wieder zurück zum thema mailman und post fix etwas was ich brauchte war diese einstellung hier dieses recipient delimiter auf plus setzen das war ganz entscheidend als ich meine ersten mails an meine neue mailing liste schicken wollte oder beziehungsweise eine neue e mail adresse anmelden wollte und eigentlich auf diese bestätigungs mail die ich noch mal abschicken muss reagieren wollte da bekam ich dann immer dieses user unknown in local risk recipient table das problem ist dass mailman zum einen so virtuelle e mail adressen einrichtet also meine mailing list ist in diesem fall halt test und dann macht er zusätzliche virtuelle e mail adressen die halt test confirm da schickt man halt seine bestätigung für eine mitgliedschaft hin und diese e mail adresse die es ja letztendlich ist darum eben auch dieses mailman.local die wird erweitert durch plus und dann kommt hier so ein zufalls zeugs und da hat mein mail server immer gesagt nee also das hier das kennen wir ja schon mal gar nicht diese e mail adresse die kennen wir nicht na natürlich kennt ihr die nicht das problem ist ich konnte an dieses test minus confirm mailman.local einfach eine mail hinschicken aber damit habe ich mich ja nicht authentifiziert als der richtige benutzer mit diesem hashwert damit das durch mailman richtig aufgetrennt werden kann das eigentlich nur der vordere teil die eigentliche e mail adresse ist und danach kommt eben ja irgendwie noch zusätzliches zeugs dann muss man dieses plus noch setzen und in diesem ja text der hier drin stand da stand eigentlich naja also bei neueren mailmans da wäre das sowieso standard das braucht man nicht aber bei debian 11 braucht man es halt immer noch also das ist einmal dieser eine stolper stein das hier ist so eine empfehlung die da auch mit bei stand wo ich mir gedacht habe naja wenn unbekannte empfänger adressen auftauchen dann sollen sie halt dauerhaft mit so einem fehlerwert zurückgewiesen werden woher nochmal lehrzeichen einbauen für eine gute idee warum nicht ansonsten ja wird das wohl wiederholt oder als warnung angesehen aber ja das ist doch in ordnung dann das nächste das ist glaube ich auch wiederum so eine empfehlung darum habe ich auch hingeschrieben wird wohl nicht benötigt wenn vorher der hier gesetzt wird kann aber schadet wohl nicht also das ist so ein bisschen schwammig ich hätte das natürlich in testreihen ausprobieren können wenn ich jetzt neue kombinationen aus diesen parametern bilde ob das immer noch funktioniert oder nicht ich habe das jetzt einfach mal so gemacht wie es dort vorgeschlagen wurde in der variante naja braucht man wahrscheinlich aber schadet nicht dann haben wir hier ganz wichtige parameter wo einmal festgelegt wird welche mails wo ja reingestopft werden sollen also welche mails in welche postfächer zugewiesen werden sollen wir haben hier diese virtuellen postfächer für die einzelnen mailinglisten wofür es ja kein benutzerkonto oder kein mailkonto auf dem system eigentlich gibt und das wird eben hier über so eine hashtabelle gemacht und dort stehen halt diese ganzen zuweisungen drin und die aktualisiert der mailman wenn ich eine neue mailingliste anlege wenn ich was lösche oder so über so eine spezielle datei das muss ich halt angeben dann muss ich eben auch noch vorgeben wie dinge in den lokalen mail postfächern zugestellt werden sollen da gibt es denn hier auch noch mal so ein blog dafür und dann ganz wichtig damit kein kein spam da durchkommt für welche ja domains mails überhaupt weitergeleitet werden sollen da gibt es denn hier auch noch mal ein parameter für das hier ist eben ganz wichtig und das muss eben auch so sein dass diese parameter nicht mehrfach in der main cfg vorkommen deswegen werden die hier erst mal aus kommentiert damit es da keine doppelungen gibt wenn ihr wissen wollt wie dieses ganze hier wirklich ganz genau funktioniert gibt es wahrscheinlich sehr viele postfix videos oder sogar bücher dazu wo das noch mal ganz genau drin steht guckt euch das an wenn euch das interessiert dann als nächstes müssen wir noch mal dieses mailman 3 webpaket neu konfigurieren denn irgendwie funktioniert das nicht richtig wir haben zwar oben hier unsere werte gesetzt für die depconf aber irgendwas klappt da noch nicht richtig also müssen wir das ganze noch mal durchlaufen lassen wir konfigurieren das paket mit diesen konfigurations skripten einfach noch mal durch wir installieren das nicht neu und hinterher haben wir hoffentlich den zuständigen wir auch haben wollen dann können wir die mailman cfg noch ein bisschen anpassen dort können wir jetzt noch angeben wie unser administrator heißt und eben welche standardsprache wir haben möchten ich habe sie jetzt auf deutsch gesetzt normalerweise steht sie auf irgendwas anderes und damit haben wir unseren mailman insofern einmal konfiguriert dann müssen wir noch einmal diese datenbank mit den virtuellen postfächern also dieses zeugs hier das wird einmal aktualisiert da werden neue hashes reingeschrieben und dann funktioniert das erstmal so dann als nächstes starten wir eben diese ganzen einzelnen dienste noch mal durch also mailman das ist ja das back end wo ja die diese ganzen mails gesteuert werden und was weiß ich noch alles wo das eben verwaltet wird und mailman 3 web ist eben die web oberfläche starten wir beides neu denn in apache den webserver starten wir auch neu und zur sicherheitshalber auch noch mal den postfix so jetzt sollte das eigentlich laufen und dann bekommen wir hier eine ja adresse rausgewürfelt also http nicht https ssl haben wir hier nicht installiert in diesem system verbund darum müsst ihr euch selbst kümmern guckt ansonsten noch mal mein video wie das funktioniert mit let's encrypt und so weiter und dann können wir eben diese adresse http doppelpunkt schrägstrich schrägstrich mailman punkt local in diesem fall schrägstrich mailman 3 aufrufen dann haben wir die web oberfläche da können wir uns eben anmelden mit unserem admin benutzer dann bekommen wir eine e mail adresse zugeschickt in unser lokales root mail dir verzeichnis da gibt es einzelne unterverzeichnisse gibt es einmal das verzeichnis new da kommen die neuen nachrichten rein und wenn man jetzt mit grepp einmal in alle e mails rein guckt wo drin steht bitte folgende adresse auf dann aufruf nur so steht da drin kommt halt eben die webadresse danach die zeile wollen wir halt haben da steht nämlich so ein überprüfungs link drin mit so buchstaben zahlen kombinationen und weil das ganze eben nicht verschlüsselt ist machen wir noch aus dem https den http genau und hinterher legen wir uns noch ein mail konto an und spielen noch mal ein bisschen da mit den mailing listen rum aber die harte arbeit die liegt halt in diesem konfigurations krempel und den rest gucken wir uns gleich mal so ich befinde mich jetzt in meiner virtuellen präsentations umgebung und möchte mich zu meinem lxc server einem raspberry pi 4 verbinden das mache ich über ssh genau und jetzt bin ich da schon drauf ich kann jetzt über verschiedene programme oder vielmehr über module aus den dodger tools hier dtvm lxc start unprivileged container mein mailman container starten und dann läuft er eben unprivilegiert das ist deutlich sicherer als wenn ich das privilegiert mache da bräuchte ich root rechte guckt euch einfach mal das video dazu an was ich da schon mal zu gemacht hat erkläre ich eben auch die unterschiede und das gibt es jetzt eben auch als dodger tools modul dass das einfacher wird aber bevor wir jetzt loslegen möchte ich das ganze einmal zurücksetzen ich habe verschiedene test damit gemacht und nach dem grundsätzlichen installieren von diesem dbm 11 container und ein paar kleinen einstellungen habe ich ein snapshot gemacht und den möchte ich halt wieder zurücksetzen weil ich da weitere tests gemacht habe und ich möchte jetzt quasi wieder so ein sauberes system haben wo noch kein mailman 3 drauf ist das mache ich eben über dieses lxc snapshot dann minus n name meines containers und mit minus r kann ich das zurücksetzen auf einen snapshot das ist so ein backup und die haben eben verschiedene nummern die heißen im snap 0 snap 1 und so weiter und snap 0 ist eben der snapshot auf den ich das ganze system wieder zurücksetzen möchte das ganze läuft über ein usb stick also ich habe da jetzt keine sd karte drin von der es gebootet wird das ist ein usb stick der ist relativ schnell aber natürlich ist das ganze deutlich langsamer als wenn ihr jetzt ein pc in den server nimmt und das auf eine ssd macht da liegen halt welten zwischen ja ich habe das jetzt einfach darauf mal gemacht das ding war irgendwie da ich hatte keine lust den großen server anzuschmeißen wo ich das normalerweise gemacht hätte ja hat strom gespart dauert aber ein bisschen länger ja irgendwann ist es dann auch wirklich fertig und jetzt kann ich mit dem anderen mit dem dodger tools modul was ich schon hatte den container starten dann ein richtiges booten ist es ja nicht aber der container wird halt gestartet diese init prozesse laufen auch durch und ich kann mit lxc ls minus f glaube ich gucken wie weit die einzelnen container jetzt sind und im moment der läuft zwar schon aber hat eben noch keine ip-adresse und er sollte eigentlich auch eine ip-adresse kriegen genau jetzt hat er eben auch zwei gekriegt das gibt zum einen diese ip-adresse aus dem 10er netz die halt ja ein netzwerk ist so dass der container zwar nach draußen telefonieren kann um updates zu machen aber von draußen kann erst mal keiner rein man kann da port weiterleitung mitmachen das habe ich auch alles in dem video mal erzählt wie das geht und man kann dem container auch eine eigene statische ip-adresse geben über die er eben auch von draußen erreichbar ist und das ist eben die ip-adresse die wir auch denn ja benutzen damit da mails reinkommen und rausgehen und so weiter und nicht eben diese interne so nachdem der container jetzt auch gestartet wurde können wir den jetzt auch direkt nutzen ich habe in dem container schon ein ssh server installiert das ist eben auch nicht standard von daher ist dieser snapshot immer ganz praktisch da kann man denn wieder zurück springen und muss nicht wirklich von null anfangen ich beende erst mal meine verbindung zu meinem virtualisierungs post und dann kopiere ich mir das skript was ich hier drauf habe was wir gerade eben schon gesehen haben das kopiere ich mir einmal auf meinen container da schon drin ist mein einziger benutzer ist aktuell der root benutzer auf meinem container oder in meinem container und dort kann ich mich auch mit dem passwort anmelden das ist insofern relativ unsicher ihr solltet das über ssh schüsse regeln oder den rutsch zugang von draußen erstmal überhaupt nicht gestatten über ssh und so weiter guckt euch einfach mal andere videos zu dem thema an wir haben so eine sicherheitsserie gemacht von john micha und mir da erklären wir so grundlegende dinge also das solltet ihr produktiv umgebung nicht machen aber ihr müsst wissen was er tut für meinen testen hier ist das insofern in ordnung jetzt verbinde ich mich mit ssh und dem root konto auch noch mal und dann bin ich eben in diesem container drin der heißt eben auch schon mailman da den hostnamen mailman und wenn ich da gucke heißt er eben einfach nur so mailman aber er soll ja nachher eben auch mailman.local heißen so dass er quasi so eine fully qualified domain hat und ja quasi so ist wie ja eine webadresse wo wir schon mal gleich beim thema namensauflösung sind das muss ich ja auch bei meinem desktop system hier auch nochmal einrichten für meine testumgebung denn wenn ich jetzt sage ja ping mailman.local mailman.local kann er damit nichts anfangen ist ja auch vollkommen richtig diesen rechner kennt überhaupt niemand so soll es ja auch sein also trage ich den jetzt einmal indem ich das größer gemacht habe in meine lokale wo etc host ein dafür brauche ich allerdings gut rechte die ich über sudo bash kriege und da trage ich den jetzt einfach mit dazu und da hat hier eben die 1 und 2 1 gesagt 1 und 44 und wenn ich jetzt das einmal beende meine rutsetzung mit strg und d und das anpingen nochmal mache dann wird das eben dorthin aufgelöst das brauchen wir eben nachher für so ein paar tests und mal spielweise mail liste anlegen und auf diese admin oberfläche gucken und so weiter und so fort so wieder zurück zum container ich habe da drin jetzt ja mein skript das habe ich da glaube ich hingeschmissen genau da habe ich jetzt mein skript drin und das möchte ich jetzt einfach bloß durchlaufen lassen wir haben uns vorher schon angeguckt was dieses skript macht was lasse ich jetzt einfach bloß so laufen also dieser erste teil das ist eben die paket installation mit den ja was ist alles bei maria db ist dabei waren die mail utils mit bei also da werden jetzt haufenweise pakete installiert werden runtergeladen erst dann konfiguriert und so weiter und so fort und das dauert eben auch keine ahnung wie lange das dauert jetzt fünf minuten vielleicht auch zehn keine ahnung das internet ist jetzt nicht so der begrenzende faktor sondern eben der usb stick der eben doch nicht so schnell ist wie in den ssd tada da bin ich auch wieder und das ganze ist jetzt auch durch hey ich habe jetzt nicht auf die uhr geguckt aber unten da da hat man es auch sehen können vielleicht blende ich das nachher einfach mal ein wie lange das jetzt so grob gedauert hat auf dem raspberry pi 4 über die ja über den usb stick so als letztes haben wir hier eben unsere webadresse für den mailman mache ich gleich mal auf gebe ich oben einmal ein und dann gucken wir mal was wir da so sehen also wir haben diesen post torius das ist so diese software um das ganze zu verwalten und da können wir uns jetzt anmelden mit admin hatten wir ja vorgegeben im skript und test als password da melden wir uns jetzt an können wir auch einmal hier zwischen speichern ist ja egal und jetzt wurde eben eine bestätigungs e mail an root at mailman local geschickt das ist wichtig dass das eben auflösbar ist und dass es ein postfach gibt ansonsten stürzt eben auch dieses mailman web auch ab das ist irgendwie doof ist aber so so dann gucken wir uns hier am ende noch mal an was da drin steht um diese e mail adresse oder nein vielmehr um diesen bestätigungs link da raus zu lesen da habe ich jetzt hier eben in der diese zeile hier ich soll das hier aufrufen das kopiere ich einmal und füge das dort einmal ein und jetzt bin ich eben nachdem ich ja bestätigt habe mit meiner route at mailman local adresse auch bestätigt als administrator und jetzt kann ich mich auch wirklich anmelden so jetzt klicke ich noch auf einloggen und dann habe ich hier steht einmal hier als admin angemeldet erfolgreich angemeldet jetzt muss ich aber erstmal eine neue domain anlegen damit ich das ganze eben auch wirklich verwenden kann und so ein bisschen klein gedruckt hier ist dieses hier ja da kann ich jetzt erstmal über die django verwaltung das ist so ein framework für ja webseiten letztendlich in python das ist so ein relativ dicker batzen wo drauf das ganze aufbaut die mailman oberfläche und da muss ich erstmal mir eine neue domain anlegen so ich glaube hierüber mache ich das und da muss ich eben mein mailman local hier einmal eingeben ohne http so und da auch noch mal speichern jetzt steht es auch hier drin und jetzt gehe ich noch mal zurück zurück so nachdem ich jetzt meine domain in django angelegt habe kann ich auch nachdem ich die seite eben einmal neu geladen habe hier auswählen mailman local mein e mail host dafür ist eben auch mailman local ist dieselbe maschine beschreibung mache ich auch noch mal hier so und sage create domain domain dann habe ich jetzt meine erste domain auch angelegt mit der ich ja mailing listen verwenden kann gehe ich hier auf listen neue liste erzeugen und dann sage ich hier einmal name der liste ganz kreativ test e mail host ist eben mailman local wie alles andere auch und dann kann ich eben noch sagen was für ein listen typ das sein soll ob ich ja nur ankündigungen darüber machen möchte dann darf eben bloß der admin oder irgendwie spezielle benutzer da drauf schreiben um ankündigungen zu verteilen das ist wie so ein newsletter dann einfache diskussion oder diskussions mailing liste mit privaten archiven also das kann ich hier so grob vorgeben ich lasse das erstmal so und das ist test mailing liste genau so und jetzt habe ich meine mailing liste auch erzeugt so wenn ich jetzt hier nochmal wieder drauf gehe dann habe ich eben auch hier meine erste mailing liste mit dem wunderbaren test angelegt und die adresse davon ist eben test at mailman local für diese mailing liste und wenn ich jetzt hier einfach mal drauf gehe und ich möchte jetzt hier über massen optionen da kann ich eben verschiedene benutzer mit eintragen da könnte ich jetzt hier so eine liste mit vorhandenen benutzern oder e mail adressen einfach nehmen und die bekommen entweder eine einladungs mail zugeschickt oder die werden halt sofort eingetragen damit ich allerdings erstmal einen benutzer habe den ich auch benutzen kann lege ich mir steht hier so ein bisschen ja ein bisschen hässlich drin lege ich mir ein mail konto an mein benutzer heißt tux der bekommt eine shell die bin false heißt also damit kann ich mich auch nicht anmelden das lässt sich eben bloß als mail konto verwenden und das passwort ist eben test so einmal so und jetzt habe ich 9 benutzer jetzt brauche ich auch noch eine mail software hier drauf für die test sich sonst so gemacht habe habe ich klaus mail genommen das ist vielleicht jetzt nun nicht so so was bekanntes wie hier evolution oder thunderbird aber das ist irgendwie klein und da kann man mal dinge ausprobieren und das ist halt getrennt von dem zeug was ihr vielleicht sonst macht gucken ob das so heißt glaubt minus muss dann noch dazwischen genau und ich installiere einfach das klaus mail paket und wie man sieht das ist jetzt auch eher klein und wenn ich jetzt hier einmal meinen da klaus mail einmal neu starte dann kommt eben auch so ein begrüßungs dialog und ich möchte jetzt meinen meinen tux da eben einrichten also das benutzerkonto tux tux mailman und local das kopiere ich mir einfach mal in die zwischenablage damit ich das nicht so häufig tippen muss so jetzt test server ist eben auch hier mailman local benutzer name ist nicht test sondern tux das passwort ist aber test ssl gibt es hier nicht in diesem setup wenn ihr euch das angucken wollt wie es geht mit let's encrypt guckt das andere video ich möchte hier eben auch dieselben authentifizierungs informationen verwenden die ich auch bei dem anderen verwendet habe also von daher lasse ich das einfach leer hakt das aber an so mailbox name mail ja warum nicht und speichern so und jetzt genau habe ich da schon eine mail reingekriegt wenn ich hier einmal abrufen mache scheint das zu funktionieren also es meckert nicht dass irgendwie die zugangsdaten ungültig wären oder es der mail server nicht funktioniert wenn ich hier jetzt meinen benutzer tux einfach mal da reinschmeiße tux mailman local und hier unten sage ähm subscribe users dann wiederum gucke in dem clause mail hier einmal abfrage dann kommt eben ja ich muss dem auch noch zustimmen der admin hat mir da äh zwar so ein ja eine einladung geschickt oder vielmehr hat mich eingetragen aber ich muss dennoch zustimmen also das ist ja genau also meine zustimmung ist erforderlich ich kann jetzt auf diese mail einfach antworten indem ich hier auf antwort gehe was da drin steht ist glaube ich total egal wichtig ist halt dass da drin steht hier test confirm plus und da sind wir wieder bei diesem zufalls zahlen buchstaben salat wenn man den post fix nicht richtig eingerichtet hat dann hakt es hier so und dann sage ich jetzt hier senden und es hat funktioniert auf nicht dass das an was anderem hängt und wenn ich jetzt nochmal abrufe dann begrüße mich hier und sagt ja hallo willkommen zu neuen mailing liste und die mailing liste heißt eben so und wenn ich jetzt hier mal eine nachricht verfasse an die mailing liste ein test test 1 2 3 4 5 vielleicht so und das ganz einmal sende und dann wiederum abrufe dann kriege ich jetzt eben meine mail wieder zurück aber jetzt eben von dem test at mailman.local also von der mailing liste direkt und in eckigen klammern steht eben dabei wie die mailing liste heißt ja damit hätten wir das ganze auch also jetzt wisst ihr vielleicht so ein bisschen wie das ganze zusammen gehört wie das einzelne eingerichtet wird und ja guckt im zweifelsfall euch das skript nochmal genauer an und so weiter und so fort ja ich hoffe es hat euch geholfen und macht es nach macht es nicht nach abonnieren glocke drücken und ja bis zum nächsten mal und tschüss